Herr Berger, Sie machen die Waage zur Kasse. Wie funktioniert das? Das ist richtig. Wir bei AVEC haben den Frischebereich neu gestaltet. Heutzutage finden Sie in einem typischen Supermarkt Kassen, die mit einem Thermobon ausgestattet sind. Und immer wieder bemängeln dieses die Umweltverbände. Und wir haben uns bei AVEC Gedanken gemacht, wie kann man das Thermopapier aus diesem Bereich verbannen. Und die Lösung sehen Sie hier. Wie an einer herkömmlichen Waage werden die Artikel genommen, auf die Wiegezelle gelegt, entsprechend ausgewählt und registriert. Wie heute auch werden die Artikel in frische Tüten verpackt. Diese frische Tüten haben einen individuellen Code. Dieser Code wird gescannt und im Kassensystem überall registriert. Das heißt, wenn jetzt der Kunde mit dieser Tüte zur Kasse kommt, weiß die Kasse, was in dieser Tüte ist. Ein zentrales Problem im Einzelhandel sind immer wieder die Wartezeiten an der Kasse. Sie bei AVEC versprechen dem Handel eine neue Lösung, indem Sie sagen, simplify your store. Wie funktioniert das in der Praxis? Ja genau, das ist richtig. Unsere Kernbotschaft dieses Jahr ist tatsächlich simplify your store. Und wie das Ganze funktioniert, würde ich Ihnen gerne hier an einem unserer Exponate demonstrieren. Hier sehen wir einen Kassenplatz mit üblicher Peripherie an einem Kassenplatz. Ich entferne jetzt die Kombination aus Bedienung und Intelligenz. Hierzu gehen wir an den frische Bereich, schließen den Tablet hier an. Und schon haben wir aus der Kasse, die Sie da hinten gesehen haben, hier eine Waage gemacht. AVEC macht ja auch Software. Was gibt es da bei Ihnen Neues auf der Euroshop? Das ist richtig. Das Highlight, was wir dieses Jahr hier präsentieren, ist unsere neuartige Bedienung der Kassensoftware. Und die Ergebnisse dieser ganzen Arbeit, die sehen Sie hier in dieser völlig neuartigen Benutzeroberfläche, die dem Mitarbeiter unserer Kunden, das heißt dem Kassierer, das Leben leichter macht. Sie wählen ein Produkt aus, schieben den Finger auf das, was dort der Kunde tatsächlich im Einkaufskorb hat und das war's. Und das war's. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit nach der Messe. Wir bedanken uns herzlich. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch.